26. Juli 2019. Der große Tag war gekommen und so ließ sich auch die Sonne nicht lumpen. Entgegen dem Wetterbericht kämpfte sie sich durch den Morgendunst. Laut Plan war der gemeinsame Aufstieg zur Hütte für 7 Uhr geplant. Aber die ersten waren schon um 6 nicht zu halten. Ich sage, jetzt kommen immer wieder Leute, Leute, Leute und dass das Wetter mitspielt und dass alles okay geht. Und toll, toll, toll für alle Wanderer. Der Berg ruf. Der Berg ruf. Hallo. Genau. Alles gut. Ja, alles gut. Guten Aufstieg. Guten Zucker. Guten Zucker. Danke. Für die letzten paar Meter. Die Wanderer hatten alle ein gutes Frühstück im Magen und viele Bergsteiger hatten für den Aufstieg auch extra trainiert. Trainiert, ja, hier haben wir schon ein paar gute Touren gemacht dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall. Na ja, vor 5 Jahren waren wir besser trainiert, aber es wird schön gehen. Was haben Sie hier für Doppelmittel, habe ich gerade gesehen? Traubenzucker. Traubenzucker, ja. Diesen Energiespender verteilte Karl Remitz großzügig. Und so mancher sollte ihn auch nötig haben. Denn ein Spaziergang ist der Aufstieg zur Zwickauer Hütte nun ganz und gar nicht. 5,5 Kilometer Weglänge klingt nicht viel. So eine Entfernung ist für geübte Wanderer auch keine Rede wert. Wohl aber die 1.300 Meter Höhenunterschied. Vor 5 Jahren, wo wir zum 115-jährigen Jubiläum oben waren, da sind wir hochgelaufen, früh um 7, bei strahlendem Sonnenschein, bis zu 30 Grad im Rücken, bis hoch. Und runterzu, einen Tag später, mit dem Gassenfaden, einen Tag oben geblieben, übernachtet. Und runterzu im strebenden Regen in ca. 3 Stunden runter. Wie ist es vom Anspruch her? Kann das jeder fitte Mensch schaffen oder braucht man schon bitte Training? Ja, wir laufen uns ein, einen Tag, sag ich mal so. Und das kann jeder schaffen. Jeder muss sein eigenes Tempo finden, muss Pausen machen und es ist für jeden zu schaffen. Also das Höchste ist eigentlich 5 Stunden, ist bei uns einer auch noch angekommen, letztes Mal. Und zwar, warte, war einfach ein super Erlebnis. Ein Erlebnis war es ohne Zweifel für alle. Und es ging ja nun wirklich nicht um Rekorde, obwohl manche Aufstiegszeiten verdächtig danach aussahen. Es ging darum, gesund und mit Freude oben anzukommen. Ja, wenn Sie was sagen wollen, können Sie es jetzt loswerden. Gute Frühstück, ja. Ja, gut. Na dann. Gutes Schlaf. Gutes Frühstück. Nein, die Kühe waren natürlich nicht zur Geburtstagsfeier der Zwickauer Hütte eingeladen, aber ein paar Meter hatten sie den gleichen Weg. Wir hoffen, dass hier ein paar dabei sind, die sich auskennen. Wir laufen einfach herunter her. Sind alle, die hier vorne laufen, waren schon mehr da oben. Alles klar. Kein Problem. Bis später. Und es ist auch gut ausgefiltert und denkt dran, es kommt nicht auf die Zeit drauf an. Nein, unbedingt. Ja. Super. Guten Aufstieg. Guten Aufstieg. Guten Morgen. Einen guten Aufstieg. Danke. Die sind nicht mehr zu halten gewesen. Ich gebe euch mal Traubenzücker vor unterwegs. Dankeschön. Das ist immer wieder Aufbau. Wille Energie. Wille Energie, ja. Waren Sie schon mal oben? Ja, wir waren fünf Jahre schon oben. Und wie wird es dann so über der Strecke? Jetzt geht es noch? Es ist jetzt noch ein Spaziergang. Ach so. Auch dann ist das dicke Ende weiter oben. Gut. Die Fitnesslevels der Wanderer waren unterschiedlich. Während einige auf Nummer sicher gingen und weit vor dem ursprünglichen Starttermin aufstiegen, da schliefen andere noch oder aßen in Ruhe ihr Frühstück. Dazu gehörte unter anderem die Zwickauer Oberbürgermeisterin Pia Findeis und der Chef des Deutschen Alpenvereins Sektion Zwickau, Ronny Wagner und seine Familie. Papa trägt alles? Nein, Papa trägt nicht alles. Mama trägt selber. Ja, Mama ist selbst die Frau. Hast du die Kinder noch mit rein in den Rucksack, oder? Ja, die setzen wir oben drauf. Gut gefrühstückt? Ja, sehr gut. Können wir nur empfehlen. Ist das für euch das erste Mal? Nein. Für mich nicht, für sie. Okay. Aber du hast keine Bedenken, du schaffst das, oder? Ja. Klar, bei den tollen Eltern. Mega Bergsteiger. Großen Respekt allen Teilnehmern. Ob Jung, Alt, Sportler oder Gelegenheitswanderer. Eine Leistung war es ohne Zweifel für alle. Ciao, ciao. Hallo. Guten Morgen. Einen guten Aufstieg. Dankeschön. So einen Aufstieg birgt natürlich auch seine Gefahren. Man muss schauen, wo man hintritt. Und das, obwohl sich ständig wunderschöne Ausblicke bieten. Konzentration ist wichtig. Nicht ohne Übertreibung, überlebenswichtig. Denn ein falscher Schritt kann üble Folgen haben. Je weiter man vorankommt, je höher. Umso mehr lässt bei vielen natürlich auch die Kraft nach. Ein Fehltritt wird dadurch wahrscheinlicher. Jedes Gramm Gepäck spielt dann eine große Rolle. Was hast du denn da im Rucksack? Ein Hirnchen. Ein Hirnchen. Ob Kameraausrüstung oder Musikinstrument, alles kostet dann natürlich mehr Anstrengung und Schweiß. Darauf verzichten wollten aber viele dennoch nicht. Hier eine Aufnahme von Harald Lenert von der Strecke. Währenddessen liefen oben auf der Hütte die Vorbereitungen auf vollen Touren, beziehungsweise gingen in die Endphase. Auf geht's, kalt ist nicht. Oh, wir arbeiten eigentlich schon seit vier Tagen daran. Mit Vorkochen, mit Organisation, mit Personal. Es muss ja, auf der Hütte ist es ja nicht so einfach, es muss ja alles hochgebracht werden. Und das erfordert viel Zeit, viel Einsatz, viel Passion vor allem. Herzblut und ich glaube, die Mitarbeiter, die wir da haben, die sind alles gestandene Leute. Die sind eigentlich schon seit mehreren Jahren hier. Die kennen die Hütte, die kennen die Problematik. Und wir hoffen, dass wir heute wirklich im Stand sind, die ganzen Zwickauer, die hochkommen, zu uns zufriedenzustellen. Wir können es vorwegnehmen. Das konnten sie. Ohne einen Abstrich. Wer nahe an die Hütte herangekommen war, der hörte schon die Musik. Kam er dann in Sichtweite, dann wurden die letzten Reserven mobilisiert. Mit einem Countdown und Applaus wurden die Ankömmlinge begrüßt. Und dann gab es noch eisgekühlten Prosecco aus der Hand einer hübschen Südtirolerin. Das war es dann doch wert. Hallo, hi. Tschüss, darf es? Bitte sehr. Prost. Längst vor allen Bergsteigern war jedoch schon dieser himmelblaue Trabant auf die Hütte gekommen. Natürlich nicht aus eigener Kraft, sondern mit einem Hubschrauber. Der Hintergrund? Die Stadt suchte eines der Zwickauer Wahrzeichen, um das 120-jährige Jubiläum der Hütte optisch aufzuwerten. Ein Aufruf wurde gestartet, ein optisch gut erhaltener Trabant wurde gesucht und gefunden. Der Oldtimer-Freund Matthias Demer stellte aus seiner Sammlung einen Trabant 601 Limousine für die Dauer der Hüttensaison leihweise zur Verfügung. Restaurator Enrico Ingrisch spendete eine Motorhaube. Sie soll nach Rückkehr des Trabants und nachdem sich Prominente und Bergsteiger der Hütte auf ihr verewigt haben, gemeinsam mit der Stadt und TV Westsachsen für einen guten Zweck versteigert werden. Graffiti-Künstler Rico Gruner gestaltete die Haube nach einer Idee von Udo Henschel. TV Westsachsen ist der Pate der Aktion. Der Sender nahm mit den Oldtimer-Freunden und dem Künstler Kontakt auf und übernahm den Transport des Trabants nach Pfelders und zurück. Den Hubschrauber-Transport übernahm der Tourismusverein Passajertal. Ein nicht unerheblicher Kostenaufwand für den Verein, Zeit- und Personalaufwand für TV Westsachsen. Die Begeisterung war groß, doch erhielt sie einen Dämpfer. Ja, der Trabant, unser großes Sorgenkind und trotzdem unsere große Freude. Der Trabant wurde hochgebracht als Wertschätzung für die Erbauer, als Hommage an die Zwickauer. Das hatten leider viele nicht verstanden. Die sahen da einen Frevel an der Umwelt. Ich sage, wenn die Leute so klein kariert sind und wenn das die ganzen Probleme sind, dann tut das mir wirklich schrecklich leid. Aber wir halten durch und wir sind stolz, dass wir den Trabant da haben. Als Wahrzeichen von Zwickau. Was war geschehen? Der Trabant erhielt ein Knöllchen wegen Falschparkens in einem Naturschutzgebiet. Hat sich das schon herumgesprochen? Ja, das Knöllchen, das muss halt so sein. Und ich bezahle die Strafe sehr gerne und hoffe, dass damit eigentlich alle Unkenrufe verstummen und dass wir dann das Ganze glücklich zu Ende bringen werden. Theoretisch können jeden Tag 10 Euro kassiert werden. Kam nun jeden Tag eine Politesse auf die Hütte? Nein, wir hatten die Forstpolizei gleich zu Beginn hier und die waren selbst sehr verlegen und haben gemeint, sie müssten einfach auf Anordnung von oben das Ganze über die Bühne bringen. Das würde ihnen fast selbst leid tun, aber das war kein Problem. Um weitere Kosten zu vermeiden, verblieb der Trabant nicht wie geplant bis zum Ende der Saison bei der Hütte, sondern wurde früher abgeholt. Zur Geburtstagsfeier war er Blickfang und ein begehrtes Fotomotiv. Und auch die Motorhaube füllte sich mit vielen Autogrammen. Und, siehst du es gut? Ja, gut, einmal frei. Wiedererkannt an, oder? Alles richtig, ja. Haben wir auch gefahren. Jetzt bin ich der Schützenkönig und du bleibst bei mir. Doch kommen wir nun zum Grund aller Anstrengungen überhaupt. Zur Zwickauer Hütte. Die Hütte ist die vierthöchste Schutzhütte in Südtirol. Sie bietet eigentlich in erster Linie, wie schon der Name sagt, Schutzhaus, den Wanderern Unterkunft, Verpflegung, Gemütlichkeit, Herzlichkeit. Darauf sind wir bedacht. Wir geben unser Herzblut, um alle, die zu uns heraufwinden, um allen einen schönen Tag zu ermöglichen. Wie viel Platz haben wir denn? Hat hier jemand gezählt? Schön, dass ihr da seid. In einer Saison finden unzählige Besucher den Weg zur Hütte. Die Anzahl der Zwickauer steigt kontinuierlich. Das ist unglaublich, aber die Zwickauer haben in den letzten Jahren prozentuell so stark zugenommen. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass wir jedes Jahr auf der Tourismusmässe in Zwickau vertreten sind, weil uns die Stadt einladet und der Zuspruch wird von Jahr zu Jahr grösser. Aber mit so einer schönen Stadt geht es doch euch und selbst, oder? Ohne dem Stadt geht gar nichts. Ich wirst dich nie ohne Stadt sehen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, wunderbar. 60 Jahre muss man sich das mal anbieten. Die Zwickauer Hütte sah und beherbergte auch schon prominente Gäste. Der prominenteste Gast war sicherlich der Reinhold Messner. Aber wir hatten auch den sächsischen Ministerpräsidenten da, den Dillich. Der war voriges Jahr bei mir. Der ist jetzt inzwischen nicht mehr Minister, aber er war jedenfalls zu Besuch bei uns. Und dann natürlich viele Bergsteiger, viele Politiker, auch vor allem im Raum Südtirol. Das sind so eigentlich die Gäste. Wir hatten Musikanten hier, berühmte Musikanten. Und ja, eigentlich im Großen und Ganzen leben wir auch von ziemlich großer Prominenz, die hier vorbeischaut. Und ja, eigentlich im Großen und Ganzen. Und ja, eigentlich im Großen und Ganzen. Das sind wir wieder. Ich bin aus Hannover. Hallo, meine Lieben. Danke schön. Das ist Ehepaar aus Hannover. Da haben wir sie von heute mitgebracht. Jetzt kommt der Chef vom Alpenrein in Zwickau mit der Tochter. Und der Edgeport. Edgeport. Super. Alles gut? Den Sekt kriegst du leider nicht. Möchtest du? Zwei, drei Glas? Ich wollte sie ab. Hey, ihr hättet schon am Morgen. Mach zwei Glas mit der Lundersack. So, Schatzi, ein Glas Sekt auf uns. Prost, goodbye. Heinz Leitner ist inzwischen auch schon ein Prominenter. Er ist ein Original, das man in Südtirol kennt. Als Hüttenwirt, der seine Gäste nicht nur ausgezeichnet verköstigt, sondern auch unterhält. Mit Tiroler Charme und handgemachter Musik. Prost. 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 Doch kommt er ursprünglich aus einer ganz anderen Ecke. Wie wurde er eigentlich hüttenwild? Ich war eigentlich früher im Finanzsektor tätig. Und irgendwie war das dann ein purer Zufall, weil Hütte keinen Pechter fand im Jahr 2011. Und dann hat eine Kollegin von mir gesagt, komm Heinz, das wäre doch was für uns, einmal aus Jux so eine Hütte zu übernehmen. Und dann sind wir hoch und haben das mit großer Freude eigentlich gemacht. Das hat uns fasziniert. Und ich muss sagen, ich bin einfach nicht mehr losgekommen davon. Ich bin jetzt das neunte Jahr hier. Und ich muss sagen, die Passion ist immer noch dieselbe. Der Geist auch. Und ich hoffe, dass das auch noch lange so bleibt. Auch wenn es vielleicht gerade jetzt an so einem Tag den Anschein hat, einfach ist das alles nicht. Denn man kämpft eigentlich gegen die Hütte. Die Hütte ist der Gegner. Die ganzen Probleme, die man dabei hat, die Wasserversorgung, Stürme, Schnee, Elektrizität und so weiter, das sind große Herausforderungen. Und wenn man die bewältigt, dann hat man einen Stolz, eine Freude. Und das zieht einen einfach mit. Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Es ist eine Aufgabe, das zu handeln. Und wenn einem das gelingt, was nicht immer einfach ist, dann hat man auch einen Stolz, eine Freude daran. Und das schmiedet einen einfach an die ganze Geschichte. Apropos, die Hütte selbst hat auch eine sehr spannende Geschichte. 1899 wurde sie unter schwierigen Bedingungen von der Sektion Zwickau des Deutschen Alpenvereins errichtet. Damals konnte sie 19 Bergsteiger beherbergen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Sektion Zwickau enteignet und die Hütte vom italienischen Alpenverein übernommen. Danach spielte sie mehrfach eine Rolle bei Konflikten zwischen Einwohnern von Pfelders und der italienischen Verwaltung. Es ging häufig um Schmuggelei. 1933 brannte die Hütte ab. Es war wohl ein Racheakt. 1960 vom italienischen Alpenverein wieder aufgebaut, wurde sie 1965 vom Militär beschlagnahmt. 1967 wurde die Hütte durch eine Explosion zerstört. Der Wiederaufbau erfolgte von 1982 bis 1983. 1999 ging die Hütte an die autonome Provinz Bozen-Süd-Tirol. 2010 lief die Konzession des italienischen Alpenvereins aus und seit 2015 verwaltet das Land Südtirol die Hütte. Zu DDR-Zeiten für Zwickauer unerreichbar geriet sie fast in Vergessenheit. Karl Remitz ist es zu verdanken, dass sich das nach der Wende änderte. Er entdeckte sie zusammen mit dem damaligen Oberbürgermeister Rainer Eichhorn wieder. Und seither ist Zwickaus höchste Außenstelle wieder ein Begriff in der Schumannstadt. Karl organisierte inzwischen schon die fünfte Geburtstagsfeier. Apropos Geburtstag. Auch Heinz Leitner hatte kürzlich Geburtstag. Sein Alter verriet er uns gerne. Ich bin keine Frau, ich sage das mit Stolz, 68, die Luft hier herum konserviert und wir werden jedes Jahr jünger statt älter. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Noch immer war der Aufstieg im Gange. Oberbürgermeisterin Pia Findeis befand sich im Spitzenfeld. Wir mit Begleitung zu leben. Hoch, hoch, hoch. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Hoch, hoch, hoch. Und mal, vier, stehen bleiben. Stehen bleiben. Ich bin geschafft. Aber schön, wenn wir es geschafft haben. Schön. Bier, italienische Fernsehen bringt alles. Schön, dass du da bist. Gute Begleiter. Ja, toll. Sehr gut. Du bist doch immer wie ein Riech heraus. Bist du heute erschöpft? Ja, schon erschöpft. Ehrlich? Dreieinhalb Stunden ist es gerade. Doch. Das letzte Mal war es unter drei. Das erste Mal unter zwei. Oh, jetzt bin ich zehn Jahre älter. Du bist mal zu 30, oder? Nein, unter zwei. Ja, 1,50 sogar. Und wie war der Ausstieg? Sehr gut. Zeit, die Messen? Zwei Stunden 40. Das ist richtig gut, oder? Das ist gut. Etwas länger brauchten diese sechs Beine und ein Duo aus Rodewisch. Nun waren die Geburtstagsgäste mehr oder weniger komplett und die Feier konnte beginnen.